hallo und herzlich willkommen zurück zu octopas traveler so nachdem ich mich noch ein bisschen umentschieden habe habe ich noch mal wie man sehen kann ein bisschen was gemacht und ich habe vergessen etwas anderes zu machen ehrlich gesagt so haben wir jetzt stress als als jäger noch extra extra kommen geduld ist zu gut und ich habe immer noch mal händler komplett lernen lassen und ja da ist auch runenmeister oder guten wächter elementare und physische angriffsstärke wird ausgetauscht habe ich reingemacht weil ich kann im kampf sehr nützlich sein erleiht man schön schaden durch ein gegnerin hält man fp in höhe von einem prozent des erlittenen schadens ist auch cool könnte man anstatt fp retter nehmen ehrlich gesagt aber er soll ja nicht schaden bekommen deswegen habe ich fp retter genommen und der hat kann sich fp holen also er wird bei negativen schaden effekten erhöhten physischen und elementaren angriff okay und elementarvorteil gewährt erweiterten elementaren angriff und verteidigung im kampf also ja und da haben wir noch seine ganzen fähigkeiten hier drin feuerrunde eisrunde donnerrunde windrunde dunkelrunde lichtrunde transferrunde und balogars klinge göttliche fähigkeit führt gegen einen gegner ein angriff mit jedem der sechs elemente aus kostet 50 ne naja jetzt nur 25 aber trotzdem der babo jetzt ja guck mal schön mit dem mantel er muss man schön flächen im mantel runden fürst das kostet auch noch sieben vierte power ja dort werden wir zum beispiel die feuer sachen gut tun und so sie hat natürlich jetzt in geilen bogen und randit spielt man wieder die heileren weil tänzer ist nur gut zum leveln ehrlich gesagt das ist jetzt das wichtigste so und geduld ja guck mal hier wohnen fürst über fünf und feuerrunde hier die waffen auch so rot aufleuchten 1100 es ist bei jedem 3000 meinte ich bin schon überlegen wenn wir das machen 12 mal 4500 schaden jawohl jetzt macht der einzelne schaden man müsste das jetzt aber auch richtig rein und ein paar sachen jetzt aber deutlich leichter machen so war ja da haben wir genau das richtige freut transfer erweitern verkehr wird auf die gesamte gruppe ich kann ich auch so zu lächeln weil wir ganz schade genommen darauf werden wir noch mal eine regeln süß aber immerhin dings runter das beste ist so körper auf fp und sparen und sie soll sich wieder zurück holen macht dafür dass wir das jetzt noch nichts nein aber jetzt mal gebrochen kein problem natürlich feiern und feurige verdammt ist vorige verfolgung ja schön schön stimmt das war ja falsch blitz nicht feuer den richtigen hier ist doch noch ohne mächtiger sturmwind 280 näher süß ja so süß schön goldenen aufblitzen hier haben wir haben freunden wir haben ja jetzt zu kein schott verfolgen wenn ich für die klau es ist so gut das ist echt mega ich liebe es ich liebe es jetzt schon neue klasse ist mega gut hat noch mal 5700 entdeckt schöne sache ach was was wollt ihr denn jetzt hier guck bei denen weiß ich jetzt noch nicht wird wird die haben wollen aber es ist zusätzlicher schaden habe ich aber vergiftet die schwecke steht damit wenn wir kommen aber doch schon direkt die schwäche rausgefunden geblendet haben sonst die säcke aber hauptsache treffen jeden der drei einmal so bräckner amputation nein soweit sind wir noch nicht vergiftet oder geblendet los lindel ist auch echt nicht mehr so der bringer oder lindel war nur am anfang gut tschuldigung so wind ohne flüstert der fast schon und das ist so gut und trotzdem kriegst du noch eine verwischt ich glaube je nachdem wieviel pp du verbrauchst dafür kriegst du noch mal obendrauf auf den sack sehr schön dauerfeste tunnel neuer dungeon gefahrstufe 55 finde ich ja jetzt ganz verfein wir haben jetzt einen guten fluss an unserer weise 79 kann gar nichts schief gehen musst du wissen was die für die schwäche haben so also nochmal transfer ohne das muss ja nicht mal besonders krass sein weil der effekt danach geboostet wird und der ist dann auf den leuten drauf also transfer ohne wind ist es wind ist es eis blitz auch nicht wir haben noch ein paar steine hier ne feuer auch nicht eis feuer blitz haben wir auch probiert winter und licht haben wir noch nicht probiert auch nicht man kann ja nur noch wenn überhaupt dunkelheit sein ja natürlich das letzte was ich probiere ich bin besonders kraft sein hier dunkel oder darkness jetzt habe ich auch mal vernünftige wege mal dunkelheit zu treffen ja und du gleich fast 5000 schaden und besorgt 519 wenn man zwar weiß geht hat sicherlich wird schneller ok ich bin noch nicht ganz sicher wie es hier rum geht hochladrag klingt 2 warum ist der zweier vorne kann man nachher als einlegen einfach nur für ein bisschen heilungs 4 4 der dumm ist danach eigentlich nicht mehr dran sollten schon die weckung blasen haben achs der vergeltung multi spalter aber ich muss den blatt echt geben im gesatz zu fp sparer um die 2200 schaden so und fürs dunkel ich liebe es wird so total 2800 drauf ich wusste dass du den latsch hast du mieter penner und weil regnet müsste reichen wenn du auch mal den anderen getroffen hättest aber leider so sind ein angriffen kann man so verbissen sein der schaden der variiert aber sehr heftig wissensstab der hat es drauf scheiß mir an der wand ich habe noch etwas dazu gemacht wir können mal nicht ausprobieren mein turn transfer oder vierte pfad die lehnte nur seitenschritt das beginnt naja keine keine falsche stärke sammeln ja wir haben schon rausgefunden dass das wachs so und für das licht ich habe gedacht vom lesen her also wie doof aber so ist es nicht ganz so doof wie ich mir gedacht habe gesniped vom behebens und da fällt mir gerade ein könnt ihr mal gucken wie boah lokas klinge aussieht bei der rost an die schrift auf vorher auch schüche nett gefällt mir gefällt mir er bräuchte nur eine waffel die sich nur physisch sondern auch elementar macht wie harald schwert heute zugefügt ein feuer schaden das ist ja praktisch das schwert für den naja ein paar pflaumen so voll fp retter bringt anscheinend nicht fp holo anscheinend ist das echt super gut naja werden wir auf jeden fall später zumindest mal merken bei 1 prozent von 200 ist halt trotzdem nur 2 schatten elementar abbreitet erst kriminell scams schaden schoss okay sondern kennen wir transfer ohne der gesammeln ja ein bisschen mit axtruf schafften schuss jetzt kräftige spirit an oder was ja seid ihr echt käseköpfe feller eisen auf dich auch obwohl auf die rüstung jetzt machen sollen ja vielleicht wir nicht für ist nicht ohne endlich mal ist er noch so vorher dran fp steht ja okay er ist schon tot das hat mir nicht gefallen deswegen machen wir die krasse rast na gut so dann machen wir noch mal hier einmal hat sie mal beide erwischt das ist so gut von 5000 3.000 mit haben in den augen also nachdem die käme auch noch gar nicht ihr habt auch einen feind in einem moment der unachtsamkeit überrascht dämonenziege einschläferner schlag die können einschläfer okay das ist schon mal nicht man hat das warum hat er der volle fp ja ja stimmt ich habe sofort vergessen höpö derp tressa wind nein keine kamen ja der ist äh blitz nein meinte du holst einfach bei fp wieder 62 einstiegender schlag ja eine runde können wir noch vorher ist es auch nicht natürlich aber natürlich dämonziege ich bin ein kleines nötchen wir haben fünf fp bekommen rehabilitieren wissen kann sie nicht so schnell wieder zum schlafen gelegt werden linde lanze lanze und schwert licht licht gibt mir kraft licht licht das 16 gemacht also ich mache das jetzt auch ich hätte vielleicht erfangen sollen 6800 5.000 Schadenunterschied Die haben 1100 Erfahrungsmute gegeben? Nicht schlecht Nicht schlecht Nein Gefahr, ist überwältigend Aber ich sehe gerade Ich glaube es ist an der Zeit Für den Cliffhanger So meine lieben Leute, ich hoffe es hat gefallen Schaut euch wieder beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Octopass Traveler mit Mediomerios und natürlich euch den Zuschauern Also denn, falls es euch gefallen hat Bis hierhin, dann solltet ihr unbedingt beim nächsten Mal auch wieder reinschalten Ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal Power3, liebe Leute, vielen Dank für's reinschalten Bis dann, ciao